Heute wieder eine kleine Knobelaufgabe, nochmal zum Thema elektrischer Widerstand. Allerdings wird uns diesmal das Ohmsche Gesetz nicht weiterhelfen. Hallo zusammen. Die Aufgabenstellung ist relativ kurz. Von einem 8 cm breiten Blechstreifen wird in Längsrichtung ein schmaler Streifen abgeschnitten. Der Länge nach aneinander gesetzt, haben die beiden neuen Streifen einen fünfmal so hohen elektrischen Widerstand wie der ursprüngliche Streifen. Welche Streifenbreite wurde abgeschnitten? Für die, die es erstmal selbst versuchen möchten, man braucht nur den richtigen Ansatz, der Rest ist reine Rechenarbeit. Machen wir uns erst nochmal die Aufgabenstellung klar. Wir gehen aus von einem Blechstreifen mit der Breite B gleich 8 cm. Die Länge nennen wir mal L. Den schneiden wir jetzt der Länge nach durch, also zum Beispiel hier. Die beiden neuen Streifen legen wir der Länge nach aneinander. Wenn wir an den Enden des ursprünglichen Streifens messen, also zwischen den Punkten A und B, dann hat der einen bestimmten Widerstand. Den nennen wir mal R. Dementsprechend nennen wir die Widerstände der beiden neuen Streifen R1 und R2 und die Breiten B1 und B2. Und die sollen wir ausrechnen. Zumindest eine davon. Dann kennen wir ja auch die Breite des anderen Streifens, denn beide zusammen müssen wieder 8 cm ergeben. Die Streifen sollen in der Mitte elektrisch verbunden sein und wenn man wieder außen zwischen A und B misst, bekommt man einen 5 mal so hohen Widerstand wie vorher. Es gibt keine Angaben zu irgendwelchen Strömen oder Spannungen, wodurch uns das Ohmsche Gesetz nichts nützt. Wie kann man den Widerstand noch berechnen? Na über die Geometrie des Leiters. Mit dem spezifischen Widerstand Rho mal Länge durch Querschnittsfläche des Leiters oder mit dem Leitwert L durch Kappa mal A. Auf den ersten Blick sieht das auch nicht so vielversprechend aus, denn das sind wieder alles Unbekannte. Wir wissen nicht, aus welchem Material das Blech ist, deshalb kennen wir Rho nicht. Die Länge ist L, die ist uns aber auch unbekannt. Und den Querschnitt können wir auch nicht berechnen, dazu müssen wir wissen, wie dick das Blech ist. Alles was wir wissen ist, dass die beiden kleineren Streifen in Reihe zusammen einen 5 mal so hohen Widerstand haben. Schreiben wir das mal hin. R1 plus R2 ist gleich 5 mal so groß wie der ursprüngliche Widerstand R. Dafür setzen wir jetzt die oberen Formeln ein. R1 ist Rho1 mal L1 durch A1. R2 ist Rho2 mal L2 durch A2. Und rechts 5 mal die Werte des ursprünglichen Streifens. Was in der Gleichung gar nicht vorkommt, sind die Breiten, die wir ja eigentlich ausrechnen sollen. Die verstecken sich hinter den Querschnittsflächen. Denn A ist die Breite des Streifens mal der Dicke. Ersetzen wir das mal. Wir haben immer noch jede Menge unbekannte Werte. Aber wir können einiges voraussetzen, was in der Aufgabenstellung so explizit nicht drinsteht. Zum Beispiel, dass der Blechstreifen aus einem einheitlichen Material bestand. Damit ist Rho1 gleich Rho2 gleich Rho. Da wir den Streifen der Länge nach zerschnitten haben, sind die Längen auch gleich. Und wir nehmen natürlich an, dass das Blech einheitlich dick ist. Da die Werte in allen drei Termen vorkommen, können wir sie herauskürzen. Übrig bleibt, 1 durch B1 plus 1 durch B2 ist gleich 5 durch B. Jetzt gibt es nur noch zwei Unbekannte. Wir können aber zum Beispiel B2 ersetzen durch B minus B1. Und damit haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die Formel nach B1 umstellen und ausrechnen. Als erstes machen wir die Brüche gleichnamig und fassen sie zusammen. Auf der linken Seite fällt B1 im Zähler heraus. Damit die Nenner verschwinden, multiplizieren wir mit beiden Nennern. Dann bleibt links B2 und die rechte Seite multiplizieren wir noch aus. Offensichtlich läuft das auf eine quadratische Gleichung hinaus, denn B1 kommt einmal solo und einmal als Quadrat vor. Damit wir die Gleichung mit der PQ-Lösungsformel ausrechnen können, müssen wir sie noch etwas umstellen. Zunächst müssen alle Werte auf eine Seite, damit auf der anderen 0 bleibt. Der Faktor beim B1 Quadrat muss noch weg, deshalb teilen wir durch 5. Dann bleibt B1 Quadrat minus B mal B1 plus B Quadrat Fünftel ist gleich 0. Wir bekommen bei einer quadratischen Gleichung zwei Lösungen. Setzen wir die Werte in die Lösungsformel ein. P ist bei uns gleich minus B und Q ist B Quadrat Fünftel. Minus P halbe ist dann gleich B halbe, denn zweimal Minus ergibt Plus. Plus Minus Wurzel aus P Quadrat Viertel, also B Quadrat Viertel. Auch hier verschwindet das Minuszeichen durch das Quadrieren. Minus Q, also Minus B Quadrat Fünftel. Das können wir noch zusammenfassen und dann die Werte einsetzen. B halbe ist gleich 4 cm und B Quadrat Zwanzigstel sind 3,2 cm². Die erste Lösung ist 5,79 cm. Und 4 cm minus die Wurzel ergibt 2,21 cm. Welche Lösung ist jetzt richtig? Eigentlich beide. Das sind die Breiten der beiden übrig gebliebenen Blechstreifen. Und wenn wir B1 als den schmaleren Streifen definieren, dann ist es die untere Lösung. Ja, ich hoffe ihr habt mitgemacht und euch hat die kleine Aufgabe gefallen. Ich finde interessant, dass Material und Dicke der Bleche keine Rolle spielen. Sehen wir uns noch kurz die Formeln an, die wir heute gebraucht haben. Zunächst die Widerstandsberechnung aus der Materialbeschaffenheit. Rho mal L durch A oder L durch Kappa mal A. Die hätten wir auch verwenden können, denn auch Kappa hätte sich weggekürzt. Dann die Berechnung von in Reihe geschalteten Widerständen. Und im mathematischen Teil die Lösungsformel für quadratische Gleichungen. Die könnt ihr zu eurer Formelsammlung hinzufügen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der nächsten Aufgabe.